Sieht aus wie eine Exekution. Ein Heckenschüssel. Ein Luzern. Das könnte ein Muster sein. Oder ein Zufall. Wir müssen einen Zusammenhang finden. Selbst Justiz. Wir müssen die potenziellen Opfer schließen. Für gewaltige Rasenschläge bekommen wir jetzt Polizeischutz. Zu wenig Leute. Aber wir müssen sie wahren. Der Tatort. Am Sonntag im Ersten.